Tralali, Tralala, Tralalo. Oh, was sehen meine alten, vertrockneten Augen da? Ach ja, das ist ja wieder der... Hm, da würde ich ja schon ganz gerne hin. Wohin denn? Oh, meine Eisenspitzhacke ist hops so. Äh, zu dem... Ja, sag schnell, hier, Mann, zu dem... Ach, sag mal, zu dem Dungeon jetzt. Warum denn? Wir sind noch nicht so im Bar. Oh, nein. Bist du in Lava gelandet? Nö, ich bin, glaube ich, hier runtergesprungen. Hatte gar nichts, ne? Geil, ich bin auch im Dungeon. Schön. Ich folge dir jetzt aber nicht, ne? Oh, oh, ich höre einen, ich höre einen, ich höre einen... Ich höre einen Hölle... Genau. Nee, nee, den nicht, weil dann hätten wir eine Arschkarte. So, pass mal auf. Ich sehe... Sag mal schnell, Glowstone, an den ich rankomme, wenn ich mich hochbaue. Äh, übrigens, wenn... Kurz eben an beide, wenn ihr hier in der Hölle einen Cobblestone seht, bitte nicht wieder abbauen. Das sind Zeichen für uns, ne? Dass wir wieder zurückfliegen zum Bunker. Ich sehe Cobblestone, ganz, ganz viel. Komm, wir bauen den ab. Ja. So, jetzt baue ich hier mal eben... Aber erst mal was essen, was essen, was essen, was essen. Und den Höllenschleim, den höre ich. Wir werden alle sterben. Ach, diesen Magma. Ja, diesen Magma, genau, diesen Magma. Den höre ich hier, weil den gibt es ja hier nur. Den grünen gibt es ja hier nicht. Ich höre einen Dings, ich höre so einen Garsten. Und ich bin ganz weit oben. Den grünen Schleim gibt es ja hier nicht in der Hölle. Bitte, 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 bitte. Lass mich nicht sterben und abschießen. Aber hier können wir jetzt wirklich auf Pommesdinger treffen. Ich bin abgeschossen. Ich habe ihn, 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 ich habe ihn. Geil. Na, ihr kleinen Magma-Kacka? Nein, 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 nein. Oh, geil. Ich habe was Nettes eingesammelt. Nein, nein, nein. Doch, habe ich. Nein. Doch, habe ich wirklich. Ja, ich habe nur noch zwei Leben. Ja, die Hölle ist nicht für jeden gedacht. Ich renne. Tut mir leid, ich habe Angst. Das ist ja keiner der, der auf mich aufpasst. Tja. Du rennst ja immer weg von mir. Oh, ich höre einen Gast. Ja, der schießt auch auf mich. Ja, das ist ja nicht schlecht. Ich meine, das ist blöd. Ah, da ist ja noch einer. Nein. Das ist natürlich übel. Verstecken. So, ich mache jetzt erst mal Markierungen hier im Dungeon. Alter, ey. Hör mal, was habe ich dir denn getan? Ich habe mein komplettes Inventar hier gefunden. Und ich weiß jetzt, wie es hochgeht. Was habe ich denn den Viechern getan, dass die mich angreifen? Du bist doch jeder Reißkraft, der immer Scheiße baut. Doch, was, 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 was? Ein Pommesvieh, ein Pommesvieh, ein Pommesvieh, ein Pommesvieh, ein Pommesvieh, ein Pommesvieh, ein Pommesvieh. Soll ich mal zu dir kommen? Alter, der mache ich kalt. Den Sack mache ich kalt. Der Reißkraft. Du wirst dich. Ich habe ihn getötet. Schön. Wie kommen wir da eigentlich hin? Sag mal. Wie bist du da hingekommen? Ich weiß jetzt nicht wirklich, was du, äh, du meinst, wie ich in den Dungeon gekommen bin. Ja. Ja, da, wo wir vorhin das auch gesehen hatten. Da habe ich was Ordentliches runterge- ge- ähm, gegraben und einen ordentlichen Zugang gelegt. Oh nein. Hier steht ja direkt einer. Nein. Au, au, ich bin da. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wieso kannst du denn jetzt nicht mehr springen? Spring gefälligst. Oh. Ich fühle mich hier sehr, sehr unwohl in dieser Hölle. Ja. So, ich bin jetzt bei uns am Eingang. Ah, da ist er. Was ist da denn so lustig? Ich finde es witzig. Warum? Am Eingang kann mir wer helfen. Wo seid ihr? Oh, scheiße. Ich muss gleich sowieso wieder zurück, weil ich habe keinen Cobblestone mehr. Aha. Ich habe ganz viel, aber ich gebe dir nichts ab, weil du mich nicht beschützt. Ja, da ist ganz viel Cobblestone. Alter. Ich komme ja noch nicht mal mehr zu unserem Eingang, weil das Vieh mich die ganze Zeit abschießt. So, ich muss zurück. Ich brauche Cobblestone. Ja, hier ist ganz viel Cobblestone. Scheiße drauf. Habt ihr das gebaut? Wenn ich sterbe, ist das vom Reichskraft die Schuld. Ist klar. Also nicht den Cobblestone abbauen, ne? Deswegen sagte ich das vorhin. Doch, machen wir. Komm, wir bauen mal den Cobblestone ab. Du hast jetzt nichts abgebaut, oder? Das ist komplett abgebaut. Ja. Er schießt. Wer denn? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Wo bist du denn? Kannst du mir das irgendwie sagen? Wir sind wieder an der Treppe. An welcher Treppe? Ja, die wir gebaut haben. Alter, was hab ich dir denn getan? Hä? Gar nicht. Ey, scheiße. Wir haben hier anscheinend nicht genug Zeichen gesetzt. Ich weiß gerade nicht, wo die... Da hinten sehe ich dich. Nee. Ja, ich habe aber echt keinen Cobblestone mehr. Ja, ich habe noch, aber ich traue mich hier nicht mehr von der Treppe. Wo bist du denn? Ich bin beim Exofox. An der Treppe. Ich weiß gerade nicht, wo die Treppe hier wieder... Ja, links. Wir haben zu wenig Zeichen gesetzt. Du läufst in die falsche Richtung, Depp. Ich kann gerade auch leider keine Zeichen setzen. Verdammt nochmal! Lauf doch mal in die andere Richtung. Und dann links, du Depp. Ich gebe es auf. Ja, jetzt läuft er in die andere Richtung. Oh Gott. Nee, das macht er extra. Das hat er garantiert gesehen. Kann ich dir das Fliegeteil da töten? Ja, wenn du das schaffst, das musst du mit Pfeil und Bogen machen. Ich war... Da habe ich jetzt nicht dabei. Ach, da hinten sehe ich die Treppe. Jetzt sehe ich sie. Mann! Erzähl doch nicht. Jetzt sehe ich die Treppe und ich berenne gerade. Da hinten, da hinten ist... Da hinten ist das, was ich haben will. Ach, okay, ja, jetzt... Töte den. Los! Mein Gott. Scheiße, jetzt habe ich den angegriffen, weil du sagtest, töte den. Oh, und hier ist kein Kabelstron mehr. Ich bin jetzt gleich tot. Och. Oh. Bleib hier. Es passiert nichts. Wohin rennst du denn? Ja. Ich bin gleich tot. Daher bin ich gleich wieder reißen. Ja, anstatt zu hier zu bleiben und zu warten... Mich greifen gerade die... Ich bin tot. Lasst bitte meine Sachen da liegen dann. Bitte nicht einsammeln meine Sachen. Wo bist du? Verstanden. Habt ihr mitgekriegt? Ja. Bitte nicht meine Sachen einsammeln. Wir sollten vielleicht diesen wunderbaren Tunnel etwas... Mein Gott, jetzt haben mich die ganze Zeit die Viecher alle angegriffen, weil er sagtest, töte den. Und jetzt bin ich... Warum tötest du auch den Falschen? Ach, Mann. Ich bin im Haus. Scheiße, das... Ich bin im Haus. Liebe Zuschauer, das ist gerade ein Frustmoment, wo ich mich zusammenbringe. Reißen muss. Also nicht wundern, wenn ich gerade ein bisschen... Aber das ist jetzt scheiße gelaufen. Und da ist man ein wenig sauer. Ich habe auch keine Rüstung mehr. Nichts mehr. Ich baue gerade mal diesen wunderbaren Gang ein bisschen sicherer. Alter, ich muss jetzt völlig unausgerüstet mit rein gar nichts in die Hölle gehen. Ich weiß aber gar nicht, wo ich hinlaufen muss. Ja, ja, warte, warte kurz. Alter, hier steht so ein Gas direkt vor der Tür. Ich könnte gerade flippen. Ich könnte gerade flippen. Ich muss völlig nackt in die Hölle jetzt rein, um meine Sachen auch zu sammeln. Muss ich kurz voll hier hin. Alter. Macht mich bitte nicht nochmal so nervös. Oh, komm hier. Oh, komm da. Oh, komm hier. Jetzt musst du aber hier. Oh, Hilfe. Die Richtung. Ich lachte dir und du läufst immer in die falsche Richtung. Das hast du auf Video. So, jetzt muss ich nackt in die Hölle. Das kann nicht gut gehen. Vor allen Dingen, wenn die Vollidioten mich jetzt gleich sofort wieder alle angreifen. Und wahrscheinlich hat die Kitty... Ich höre die ganze Zeit den Gas nur hier irgendwie schießen. Jetzt ist die Frage, ob die Kitty... Ist der Tod? Da sind meine Sachen, 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 da sind meine Sachen. Rennen, 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 rennen. Habt ihr gerade schon Sachen von mir aufgesammelt? Nein. Die lagen nämlich da, wo ihr jetzt gerade herläuft. Ich lass die Tür auf, macht sie zu. Ich hab nichts eingesammelt. Ich möchte einfach nur nach Hause. Alter. Mein Diamantschwert ist weg. Das muss einer aufgesammelt haben. Ihr wart da nämlich gerade hergelaufen. Ihr wart da hergelaufen. Ich bin vorbeigelaufen. Ich hab auch nichts, gar nichts aufgenommen von dir. Ich hab nichts eingesammelt. Du kannst ein ganz komplettes Inventar haben, wenn du willst. Dann siehst du es. Genau mein Diamantschwert fehlt. Das ist hoch verzaubert gewesen. Und das lag da. Dann ist das verbrannt. Da brannte nichts. Da brannte echt nichts. Es lag im Freien. Okay. Ja, aber ich hab gar nichts aufgenommen. Sonst würdest du es ihr geben. Aber der Dings hat ja geschossen, oder was? Das war schon davor. Wo bist du denn gestorben? Jetzt greifst die doch nicht an. Ich bin hier gestorben. Alter. Alter, warum greifen die mich denn jetzt an? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach so. Da sind jetzt die Sachen. Hilfe. Ich denke, wer ist gestorben? Ich. Dankeschön, Exofox. Ich weiß nicht. Oh, schön. Jetzt greifen die mich auch an. Und ich bin auch wieder tot. Ich werde bekloppt. Ich werde gerade bekloppt. Jetzt sind meine Sachen auch wieder alle da am liegen. Weil die Viecher uns jetzt alle angreifen. Ich werde so bekloppt werde ich gerade. Das ist eine Folge, die ist sehr deprimiert. Ich geh da jetzt rein. Ich hol meine Sachen. Das ist mir egal. Ja, aber bitte nicht meine aufsammeln. Meine liegen da nämlich auch. Du, wenn ich deine mit aufsammle, kriegst du die wieder. Du musst mir nur sagen, was. Wenn du genau in mir gestorben bist. Jetzt hast du das Tor offen gelassen. Du warst doch hinter mir. Wir müssen ein bisschen cool bleiben jetzt gerade. Du warst hinter gewesen. Du warst am Tor. Aber komm, wir bleiben jetzt cool. Wir wollen uns nicht gegenseitig aufregen. Aber es ist gerade sehr schwer, finde ich. Ich bin gerade auch sehr säuerlich. Mach mal eingreif die Viecher bitte nicht an. Ich bin gerade extrem säuerlich. Was? Ich bin direkt am Eingang gestorben. Also bitte jetzt... Ich weiß nur jetzt, dass irgendjemand mein Inventar aufsammelt. Das weiß ich. Danke. Warum töten die mich denn noch? Oh, schön. Schön. Die greifen uns alle an. Ja, ich bin tot. Ich bin auch wieder tot. Exofox? Was machst du da? Was? Was machst du so in der Hölle gerade so? So? Was machst du da? Nix. Das ist ja... Oh, das ist die falsche Tür. Ich bin gerade im Stein. Kannst du... Warte, 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 warte schon. Ja, aber mach das Gitter zu. Ja. Ja. Ja, bei mir war es so gerade wirklich hinter mir. Deswegen hab ich's nicht zugemacht. Ich weiß nur nicht, wie wir da jetzt weitermachen sollen. Dementschwert. Ich auch nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob die weggehen, wenn wir jetzt da nicht reingehen. Also ob die dann... Ich weiß nur, dass ich einen wahnsinns Materialverlust hier gerade habe. Und auch mit meinem Schwert, ne? Ich könnte kotzen. Ähm. Ich denke mal, du wirst jetzt gar nicht meine Sachen alle mit aufsammeln. Ich könnte gerade sowas von kotzen. Mein Diamantschwert. Hoch verzaubert. Wolle gong. Ey, hier hat irgendein Volldepp die Tür offen gelassen. Ich werd bekloppt. Greifen die uns... Aua. Ich bin schon wieder raus. Ich bin direkt verantwortet. Da hat ein Volldepp die Tür offen gelassen. Ja, wir können jetzt momentan nicht in die Hölle rein. Nein, die Sachen liegen auf der Druckplatte und dann wird die runtergedrückt. Ja, richtig, richtig. Boah, ich könnte gerade abkotzen. Aber sowas von. Ja, wir können jetzt aber nicht in die Hölle. Solange die sich nicht beruhigt haben. Wir müssen uns bewaffnen. Bewaffnet euch. Man braucht da so nicht runtergehen. Unbewaffnet braucht man nicht runtergehen. Ähm, kannst du mir... Oh, scheiße. Hast du mir so lange halten gehen? Alter, Mann. Ey, ich muss mir selbst was machen gerade. Mach so, okay, dann muss ich eben. Was hast du gesagt? Wieso leckt es, wenn ich reinkomme? Ich ist einfach eine halbe Stunde bis es fläht und dann bin ich schon tot. So ein Dreck, Mann. Wie lange sind Zombie-Pigment aggressiv? Ich weiß nicht, das kann lange dauern. Ähm, die spawnen denn die Sachen, wenn wir da nicht reingehen? Ja, die spawnen nachher Zeit. Das ist ja das ganze Schöne hier. Ach so, ich dachte, das bleibt wie wenn du in dem Schank nicht drin bist, dass das dann bleibt. Ach so, ja gut, wenn wir jetzt alle nicht in der Hölle sind, dann dürfte aber jetzt keiner gerade in der Hölle rein. Ja, dann, ähm... Alter, ich werde gerade so bekloppt, ey. Exofoxer, warte doch mal kurz. Ich werde gerade... Jetzt muss ich... Ja. Ich crafte mir jetzt mal eben was und versuche ganz ruhig zu... Weil dann lass uns, wenn überhaupt, nur noch zu dritt da reingehen. Ich möchte nicht wissen, was die Zuschauer gerade denken. Die denken gerade, was für ein Noob, wer greift denn die Viecher an? Alter, das kann nicht sein, was ist... Ich crafte mir ein Schwert... Ja. ...und kriege es nicht, aber ich glaube, ich weiß, was ich... Ich nehme es raus, so, da rein. Und das habe ich gerade nicht gemacht, weil... Ich habe auch nichts mehr zu essen. Ich versuche mich zu beeilen. Eiskraft, hast du was zu essen für mich? Ich habe gar nichts. Nein, ich habe gerade gar nichts. Ich bin gestorben mehrfach. Ich habe gerade gar nichts. Ja, ich dachte, du hast vielleicht noch irgendwie was in der Kiste. Nein, habe ich hier gerade nicht griffbereit. Ich würde es sonst auch nehmen. Ich habe mir jetzt gerade mal... Ich sage dir doch noch, dann geh doch bitte jetzt nicht in die Hölle und du gehst in die Hölle rein. Ja. Ich hätte so... Hier klappt gerade gar nichts, ehrlich gesagt. Ja, aber... Ah, wertvoll. Wenn wir nicht reingehen, bleiben die liegen und vielleicht beruhigen sich die Viecher wieder. Hat er vielleicht wieder nicht mitgekriegt oder so. Leckt auch so ein wenig bei mir gerade. Ja, wichtig ist nur, wir müssen gegenseitig ein bisschen hören, was wir so sagen. Weil wenn wir uns gerade drüber unterhalten, dass wir nicht in die Hölle gehen sollen, sondern zu dritt und dann... Ach, was soll's. So, ich gehe jetzt in die Hölle rein. Ich habe ein Schwert jetzt. Warte, 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 warte auf mich. Ich komme. Dann gehen wir zusammen. Vielleicht hat einer eine Chance. Alter, was ist das denn? Ich war sofort tot. Hier müssen ganz viele sein, weil die Tür offen ist. Ich habe ihr extra ein Eisenschwert gemacht und ich war sofort tot. Zwei Stück. Und die sind sehr stark, ne? Ja. Exofox, dann warte bitte am Portal, dann komme ich mit rein. Dann gehen wir zusammen. Also ganz ehrlich, ich muss jetzt nochmal jede Menge Material investieren und wenn das klar auch alle weg ist, dann höre ich, glaube ich, auf. Ich mache mir jetzt eine Eisenrüstung. Ja. Und das ist nicht witzig bei meinen kleinen Eisenvorräten. Ja, dann müssen wir nachher nochmal Eisen holen gehen. Ich habe auch nichts mehr. Was machst du da? Ich kann mir später meine Dings holen. So. Oh ja. Mein Inventar. Dann machen wir einen Tau, ne? So, so passieren. Das heißt, sofort, wenn wir drüben sind, schlagen. Was? Der Zombie ist durchgekommen. Jetzt ist er bei uns im Haus. Ja, die laufen teilweise durch. Wie war denn jetzt der Scheißhörner? Ach, ich weiß wie. Scheiße. Ja, nee. Okay, wir können... Lohnt sich nicht. Wir sollten warten. Wir bringen uns jetzt immer wieder um.